Happy Birthday, Mustak Ahmet. Happy Birthday, M.A. Fat, M.A. Fat. Happy Birthday, Erkam Khan. Happy Birthday, Emdi Hasel Sakaik. Happy Birthday, Rohit Mato. Happy Birthday, Sono Fiasri. Happy Birthday, Nandhavati Subhasianha. Happy Birthday, Emdi, Amir, Hamzah. Und ich bin wieder Free Fire und heute wieder gleiches Wort. Viel Spaß. Und die erste Runde fängt gleich an. Oh, da fehlt noch jemand. Wer ist das? Wer kaut da? Oh, da fehlt noch. Head there. I'll go. Ja. Firstair. Freaking. und los geht's double kill double kill da kann doch nicht klar sein Achso, wir müssen dann noch was kaufen, ne? Hh! Wuhh! Hh! Lass los los! Hh! 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 Gute Arbeit! Hh! 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 Oh! Double kill! jawohl geht doch noch vier schuss als 244 knapp kein extra leben nur da schau schmerzt Was kann das jetzt für ein Sieg? Hm. Hat gerade auch irgendwas nicht gepasst, oder? Was ist das für ein Sieg? Ach ja. Anato? Was ist das für ein Sieg? Ja. 1st Blast Head there In Munition holen. Gegner gesichtet! Head there! so dann ist er vorbei ich möchte meine Sachen nicht verlieren, dass wir uns gerade nicht retten okay, jetzt haben wir das, wir haben die und ich nehme noch ein, was nehme ich denn dazu, hier oh beyer, das habe ich ja mein eines weg geschmissen gerade gesehen WTF Einten? Einten? Gegner gesichtet! Double kill! Triple kill! Ace! Yeah! Ah, die Runde war jetzt... Naja... Aber ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Was soll man das noch sagen? Ein blindes Hund findet da auch mal einen Chor. Oh! Aber ich hab gewonnen! Ich war bestimmt der zweitbeste, oder? Oh yeah! Vier Siege in Folge! Wer hat mehr wie 3000 Schaden gemacht? Niemand! Also war ich für mich der beste Spieler! Gut! Dann, bis gleich! Okay, und die zwei Toteneffekte! Und? Okay! Okay! Los! Let's go! Oh, wir sind... Ich wollte gerade sagen, wir sind einer weniger, aber... Passt hier doch! Oh! Ah! Oh! Waffe das Gericht! Was! Waffe das Gericht! Waffe das Gericht. Uh! Waffe das Gericht! Waffe das Gericht! munition ich kann doch mal in den arsch geschossen, ja? oh, darf man das sagen? im hintern geschossen mp5 kaufen wir wir rüsten uns erstmal aus, bevor wir weiterentwickeln was für ein... ist das das mit dem umfragen? ja dann würde ich sagen, ich gehe hier rum lang und wenn wir von oben kommen, da rennt der eine nach rechts und die drei stücke sind dann links da ist der eine mit dem umfragen und die drei stücke sind dann mit dem umfragen und dem umfragen ich renne wieder hier unten lang vorhin bin ich hier oben lang gelaufen und dann hinter gesprungen jetzt laufe ich direkt hier unten lang ja 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 Ich würde dir gerne helfen, aber erst mal muss ich mir selber helfen. Jawohl. Ich hätte auch die Sachen aufsammeln können, ne? Okay, jetzt wird die Waffe weiter ausgerüstet und gebraidet. Das ist das. Die zwei habe ich. Darum ist einer. First blood. Double kill. Hilfe, Mia! Ja! Oh Ja, super Super Geschafft Das ist spannend Oh, ich war der beste Spiel 2300 Schaden 6 Kills 6 Kills Wer hat mir wahrscheinlich nicht gemacht Der kriegt Ein Like Von meinen Leuten Keiner Ja Er hat mir Schaden gemacht Und Das war es glaube ich auch Ja Der da oben hat nur glaube ich 600 oder sowas Na gut Dann war es das für heute Ich sage mal Dankeschön für's Zuschauen Ich würde mich freuen Bis dann wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen и Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020